Moin Moin Leute, Tumlor hier und herzlich willkommen zurück zu Europa-Universales-4 im Ironman-Mode. Wir sind dabei, einen unserer ältesten Rivalen ein für alle Mal in seine Schranken zu weisen und dem Osmanischen Reich zu zeigen, dass wir die einzig wahre Macht im Mittelmeer sind und dass wir die Handelswege kontrollieren sollten. Und ihr seht bereits, wir haben Österreich unter Kontrolle gebracht, wir haben generell einen großen Teil des Balkans unter Kontrolle gebracht. Wir laufen gerade über die Reste von Persien drüber und erobern Festungen in Arabien. Einen Verbündeten mit Khorasan haben wir bereits ausgeschaltet, also aus unserer Perspektive läuft hier alles genauso, wie es laufen sollte. Genau da machen wir natürlich auch weiter. Korfu ist in unserer Hand. Und ich hätte gerne Anabolo unter Kontrolle. Beginnen wir doch mit Balibadra. Die Missionen sind momentan weniger interessant. Wir erobern einfach weiter die Festungen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird ein teurer Frieden werden, ein sehr teurer. Das wird auf... Naja, nicht auf die totale Vernichtung hinauslaufen, das ist schlichtweg unmöglich. Aber wir werden uns eine Menge erholen von ihnen, das könnt ihr mir glauben. Und ich würde an der Stelle auch sagen, wir splitten mal wieder eine Armee etwas auf, um einzelne Provinzen zu sichern. Wieder einmal, statt Festung. Und einfach ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Leider erkennt man das so schlecht bei diesen beiden Nationen, weil die Farben halt doch recht ähnlich sind. Man muss schon genau hingucken, was bereits in der Kontrolle ist und was nicht. Funktioniert, auf nach Anabolo. Vorräte für die Kosaken Das Leben im Grenzland kann hart sein. Die Kosaken sind es zwar gewöhnt, ihre Schlachten alleine zu schlagen, aber einen kleinen Zuschuss aus der Schatzkammer könnten sie wahrlich gut gebrauchen. Die letzte Jahreszeit war ungewöhnlich harsch. Zusammen mit einer steigenden Anzahl von Tartareneinfällen hat das dazu geführt, dass viele Kosaken für die kommenden Monate zu wenig zu essen haben. Würden wir den Kosaken Getreide und militärischen Nachschub wie Waffen und Uniformen liefern, würde dies unsere Steppenverteidiger nicht nur direkt stärken, sondern sie wahrscheinlich auch unserem Staat verbundener machen. Loyalität und Einfluss. Wir können es uns leisten, machen wir. Wir schicken ihnen, was sie brauchen. So, so, so. Und Rebellen in Ondo. Kümmern wir uns natürlich sofort drum. Außerdem war die Belagerung hier erfolgreich. Immer steht weiter nach Halep. Oh, wir können mittlerweile auch hier im Sudepnik wieder, oder bei unseren russischen Fähigkeiten, wieder alles einsetzen. Dann reformieren wir doch den Sudepnik. Und wir unterstützen auch einmal den Opritschnina, denn ich habe nicht so wirklich viel Lust, ob weitere Rebellen aktuell. Bing begleicht in der Zwischenzeit die Schulden von Khorasan. Und Aserbaidschan ist in unsere Hände gefallen. Hervorragend. Gleiches Spiel wie an schon so vielen anderen Punkten. Wir sichern uns erstmal mehr Land. Jedes Stück Land, das die Osmar nicht kontrollieren, das sie nicht unter direkter Kontrolle haben, bringt ihnen kein Geld ein. Ragusa ist gefallen. Und ich habe gerade gesehen, dass Malaysia sich scheinbar dazu bequemt hat, auch mitzukämpfen. Mal sehen, schauen wir uns das gleich näher an. Ihr wart schon mal erfolgreich. Und ich denke, die werden weiter nach kleinen Asien marschieren gleich. Wir haben tatsächlich, Malaysia ist hier in Indien angelandet. Wir sollten bei Gelegenheit eine Armee abstellen, die sich darum kümmert. Aber erstmal kann zumindest unsere Flotte ein bisschen Druck machen in dem Bereich. Und ihr sammelt euch einfach erstmal wieder. 13 Kolonien beleidigen uns. Oh ja, wunderbar. Rediker von der Solomon-Inseln sind bekehrt. Ich glaube fast, ich werde tatsächlich eine Armee... Wisst ihr was? Wir werden keine Armee abspalten. Wir werden eine kleine Armee ausheben. Hier oben. Einfach nur eine Verteidigungsarmee. Die sich dann um die Truppen kümmern können, die aus Malaysia kommen. Und ihr marschiert in der Zwischenzeit weiter nach... Ja, nehmen wir gleich Ankara. Ankara wirkt mir wie ein guter Plan aktuell. So, die sind auch erfolgreich. So, so. Und... So. Ihr könnt hierhin marschieren. Äthiopien erobert halt mitten in unserem Territorium Gebiete. Aber gut, solange sie nichts erobern, was ich fordern will... Und ich sag's mal so, alles was ich fordern will, habe ich bereits unter direkter Kontrolle. Mit Ausnahme von hier ein bisschen was. Dementsprechend mache ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen drum, dass da was schief gehen könnte. Mal so, so, so. Gut, und schicken wir die letzte Armee auch noch mit hierhin. Und die sollen sich auch wieder sammeln. Und unsere Armee zieht sich bereits zusammen. Und das ist sehr gut. Außerdem kommen wir eigentlich überall gut voran aktuell. Man schickt immer weiter nach Athena. Und ihr werdet euch gleich hier oben sammeln. Mit der gesamten Armee. Und ich glaube, wir werden langsam versuchen, über den Bosporus überzusetzen. Das war doch der Bosporus. Oder bringe ich gerade geografisch was durcheinander? Moment. Ja, ist der Bosporus. Das Handelszentrum heißt so. Daran erkennen wir es. Qualitätselfenbein. Unsere Elfenbeinproduktion ist seit kurzer Zeit qualitativ hochwertiger als zuvor. Das Volk bewundert die Qualität der handwerklichen Bearbeitung. Ein guter Tag. Wir halten Prestige. Wunderbar. So. Ihr sammelt euch in Konstantinie. Wechsel mal kurz. Gibt es einen Kartenmodus, wo wir deutlicher sehen, was in unserer Hand ist? Ich glaube leider nicht. Aber müsste alles in unserer Hand sein. Bis auf das Gebiet hier unten. Dementsprechend eine Armee nach Konstantinie, eine nach Edirn. Und dann schauen wir, dass wir gleich übersetzen. Unsere Arbeit hier oben ist größtenteils getan. Und dann... So. So, Halep ist ebenfalls in unserer Hand. Die nächste Festung weiter nach Itche. Kurz Sacken-Aggression, ja gut. Diese Angelegenheit ist für uns nicht zu steuern. Interessiert mich nicht, wie die anderen darüber denken. Wir sollten natürlich auch bei dem Bekehren weitermachen. Oh, es kommt zu einer Schlacht. Konstantin Repnin führt unsere Truppen zum Sieg. Zu einem eindeutigen Sieg. Also wir wissen, wir können uns den Feinden definitiv entgegenstellen. Sie haben für gewöhnlich keine Chance gegen unsere Truppen. Und wir werden jetzt versuchen, eine weitere Schlacht zu schlagen. Denn wir setzen jetzt über. So. Die machen hier oben Fortschritte. Aber wir haben unsere Truppen bereit. Oder zumindest den größten Teil davon. Das heißt, ihr marschiert los, um Malaysia zurückzuschlagen. Und dann das eigene Territorium wieder zu sichern. Wir haben in dem Gebiet halt keinerlei Festung. Das macht es etwas schwieriger. Aber gut. So, ihr sammelt euch hier. Ihr seid auf dem Weg dahin. Warum marschieren die außen rum? Ach verdammt, wir sind an Ankara gebunden. Okay, dann vergesst das. Dann bleiben wir erstmal hier stehen. Dann ändern wir den Plan tatsächlich. Außerdem spalten wir noch zwei Infanterieeinheiten ab, damit wir Kutscheli sichern können. Damit wir das Gebiet generell gesichert haben. Ich werde mal schauen, ob Malaysia mittlerweile bereit für einen Frieden ist. Noch nicht, aber bald. Sollten wir ihre Truppen zurückschlagen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie keine Lust mehr haben zu kämpfen. Und dass sich das Problem dann gelöst hat. Und das sollte auch unseren Warscore nochmal nach oben katapultieren. So, das Gebiet ist ebenfalls gesichert. Ankara ist in unserer Hand. Das ist gut, das ist wichtig. Stopp, nein. Ihr zieht euch bei Sinop zusammen. Die andere Armee kann sich bald anschließen. Außerdem machen wir genau das. Wir sammeln weiterhin unsere Truppen. Und unser Zar ist ein leidenschaftlicher Verhandlungspartner. Das würde Söldner günstiger machen. Bringt uns aktuell natürlich herzlich wenig. Aber wir, glaube ich, im ganzen Spiel... Also wir haben eine Zeit, glaube ich, Söldner genutzt, aber wir hatten nie wirklich das Geld, um das effektiv zu machen. Aber jetzt lasst uns doch mal 80.000 Osmanen gleichzeitig zum Kampf stellen und ausschalten. So, ihr könnt ebenfalls mit nach Sinop marschieren, denn das ist das aktuelle Ziel. Zu viele Feiglinge. Unser steigendes Augenmerk auf den Angriff hat es schwieriger gemacht, Bauern zu finden, die die Reihen füllen wollen. Lächerliche Beschwerden wie... Wir wollen kein Kanonenfutter sein, weil irgendein Idiot alles stürmen wird, wurden laut. Die Narren vergessen den Ruhm. Wir verlieren 100.000 Manpower. Das ist eine Menge, aber lässt sich leicht kompensieren. Wir haben genug Nahrer, die übrig bleiben. Und wir haben eine Armee gewiped. Und einer zweiten Armee zumindest ordentlich wehgetan. Hier haben wir Schild weiter. Und der Rest wird sich erstmal darauf fokussieren, weiter Provinzen zu sichern. Und ich glaube, sobald wir Malaysia jetzt hier weg haben, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Kriegen wir nämlich auch gleich raus. Machen wir mal so. Fokussieren wir uns erstmal darauf, ein bisschen Land zurückzuholen, tatsächlich. Oh, wir haben die Dominanz im Baumwolle-Handel. Gut, Koloniewachstum bringt uns nicht viel und... Das ist im Osmanischen Reich des Bankrott gegangen. Damit haben sie verloren. Also hatten sie sowieso schon, aber endgültig. Die törichten Herrscher vom Osmanischen Reich haben ihren Reichtum verprasst. Dies führt zu einer Verringerung der Stabilität um drei und kostet sie alle Monarchie-Punkte. Ihre Darlehen wurden jedoch aufgekündigt und die Inflation verringert. Ihr Prestige und ihre Legitimität sind drastisch gesunken und ihre Berater wurden gefeuert. Söldner sind abgezogen und die Moral ihrer Flotten und Armeen ist untergraben. Spätestens jetzt haben sie ohnehin keine Chance mehr. Aber auch vorher hatten sie lange keine guten Chancen. Die nächste Festung ist in unsere Hände gefallen. Mal gucken, ob das Auswirkungen auf Malaysia hatte. Leider nicht. Wir müssen weiter auf die Kriegsdauer warten. Oh, und sie haben Revolten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das kommt uns definitiv zugute. Und wir könnten theoretisch auf die nächste Military Tech gehen, aber ich glaube, damit warten wir noch. Das lohnt sich gerade nicht wirklich. Ichel ist in unserer Hand. Wir schauen einfach mal weiter in die Richtung und schauen, ob wir eventuell die eine oder andere Provinz sichern können. Und die Festung, äh, die Armee aufhalten können. Böhmel möchte eine Staatssehe? Ja, natürlich. Gerne doch. Treue Verbündete. Da kann man, äh, schon zu stehen, denke ich. Das Bündnis hat ja durchaus lange gehalten. Und aktuell sehe ich auch keinen Grund, das Bündnis aufzulösen. Von daher belassen wir es dabei. Das Gebiet hier in Indien ist fast komplett wieder in unserer Hand. Diese Insel haben wir jetzt ebenfalls besetzt. Kreta und Co. gehören uns ja sowieso schon. Ich würde sagen, der Balkan ist komplett entweder in unserer Hand oder in der von Äthiopien und kann damit eigentlich ignoriert werden. Wir lassen diese Truppe in Konstantinopel stehen. Der weiß, ob nicht irgendwo Rebellen auftauchen. Hier haben wir steht auf jeden Fall weiter gen Süden. Kandesh ist wieder in unserer Hand. Ein weiterer Befehlshaber ist verstorben. Möge er in Frieden ruhen. Aber wir kämpfen weiter. Masandaran ist in unserer Hand. Hier haben wir noch eine Festung in Taruk. Kümmern wir uns darum. Eventuell werden wir rechtzeitig ankommen. Das dürften dann aber auch bald sämtliche Festungen gewesen sein. Viele sind sicherlich nicht mehr übrig. Immer steht weiter nach El Karak. Hier nach Bosok. Hier nach Arnasia. Die ziehen sich in einer Armee zusammen. Und die Belagerung von Aydin ist ebenfalls gewonnen. Viel bleibt den Osmanen wirklich nicht mehr. So, und ihr könnt auch nochmal mit hier runter marschieren. Zumindest Antiochia, beziehungsweise Antakia, wie es hier heißt, hätte ich gerne. Malaysia ist immer noch nicht bereit für einen Weißen Frieden. Ich glaube, ich werde tatsächlich gleich einfach hier die Armee aufsammeln und mit der Flotte übersetzen. Denn selbst ein kleines bisschen mehr Druck sollte schon fast ausreichen, um sie rauszudrängen. Sammelt euch mal hier in Gujarat. Wir kriegen weitere Kernprovinzen. Sehr schön. So. Ihr braucht einen General. Ihr kriegt tatsächlich einen von den Balkanarmeen. Ich glaube, die brauchen keinen General mehr aktuell. Wir machen uns auf den Weg nach Parzai und sehen mal, was wir tun können. Ich glaube, wir werden direkt in der Hauptstadt anlanden. Oder es zumindest versuchen. Das wäre wahrscheinlich sehr effektiv. Das wäre ebenfalls in unserer Hand. Ich werde dann wahrscheinlich bei Gelegenheit auch noch den Irak angreifen, schnell erobern, um die Grenze da schön zu machen. Also ich möchte hier tatsächlich bis zum Gebirge vorrücken. Und irgendwo ist wieder Norwegen entstanden. Wieder einmal. Und da gibt es Rebellen. Da wollen wir uns natürlich sofort darum kümmern. Die haben natürlich ein anderes Ziel aktuell. Aber die Armee aus dem Balkan darf losmarschieren. Und kriegt mal diesen General mit. Sollen sie sich doch bitte gleich darum kümmern. Und die brauchen bis zum 27. Juli, bis sie dort angekommen sind. Halten wir im Auge. Fällt auch gerade auf, dass wir natürlich einen weiteren Händler aktuell haben, den wir bald wieder losschicken sollten. Hat aber auch noch einen Moment Zeit, möchte ich behaupten. Und da sind weitere Kernprovinzen. Wunderbar. Wunderbar. In Jabal Shammah kommt es zu einer Schlacht. Wenn man das denn so nennen möchte. 1.000 Mann, die einfach überrannt werden, sind keine wirkliche Schlacht, möchte ich behaupten. Also tatsächlich gar nicht mal so wenig Truppen. Dann würde ich sagen, landen wir auf dieser Seite an. Nein, sie sind sogar zum Weißen Frieden bereit. Denn wir haben interessanterweise Kriegsstand durch die Blockade. Und das gar nicht mal so wenig. Also könnten wir vielleicht sogar interessante Forderungen stellen demnächst. Nein, wir wollen hier nur den Weißen Frieden, dann sind wir bereit. Wir haben keinen Konflikt mit Malaysia, wir interessieren uns nicht weiter für sie. Wir interessieren uns nur für das Osmanische Reich. Und damit sind wir bei 95% Warscore. Lasst uns mal schauen. Wir haben noch Überdehnung dank der Rebellen. Wart ihr erstmal hier hin. Wir sind aber auf dem Weg, um uns drum zu kümmern. Ihr könntet mit nach Indien marschieren. Kümmern wir uns schnell darum, damit wir die Kernprovinzen fertig erstellen können. Frankreich greift Norwegen an. So, die haben wir. Dann auf nach Muskat. Das war's für die Rebellen. Gleich kriegen wir die Kernprovinzen. Ein Untertanen ist kriegsmüde. Wie es scheint, wurde einer unserer Untertanen durch unsere Kriege ein wenig destabilisiert. Natürlich könnten wir ihn um sich selbst kümmern lassen. Was er offensichtlich sehr gut gemacht hat. Nicht schlecht. Die haben gut Land erobert und das Ganze ohne unser Zutun. Natürlich könnten wir ihn um sich selbst darum kümmern lassen. Doch es wäre eine Geste guten Glaubens, wenn wir ihm helfen. Wir geben ihnen Gold, um sie zu stärken. Natürlich. Unser Mexiko hat hier ganze Arbeit geleistet. Und die Osmanen haben einen Frieden mit Äthiopien geschlossen. Sie sind nicht nach Arabien. Sie haben hier diese eine Provinz, die die Osmanen hatten, geholt und sind nach Ägypten vorgerückt. Haben außerdem jede Menge Gold bekommen. Wir haben ein anderes Ziel. Wir warten noch, bis wir unsere Kernprovinzen haben. Und ich glaube, damit sind auch wir bereit, über den Frieden zu verhandeln. Und der Frieden sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen Österreich. Alles, was die Osmanen von Österreich kontrollieren in unserem Besitz. Denken sie damit aus dem Heiligen Römischen Reich raus. Denn das ist christliches Gebiet. Das kann nicht von Ungläubigen gehalten werden. Genauso wollen wir natürlich Konstantinopel wieder zurück in die Hände der Kirche bringen. Dazu hier eben das Grenzgebiet. Außerdem ist es die Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Und symbolischer kann es kaum werden. Und eine effektive Grenzverteidigung entlang des Sagrosgebirges und des Hakari-Gebirges wollen wir hier ebenfalls festlegen. Damit können wir nämlich das komplette Gebiet mit 1, 2, 3 und 4 Festungen gegenüber dem Osmanischen Reich absichern. Der gesamte Kaukasus ist in unserer Hand. Ah, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an, das gleich zu fordern. Wir werden natürlich, ihr seht, die Überdehnung ist enorm. Wir werden viel an weitere Nationen abgeben müssen. An Satelliten starten. Aber dennoch ist das ein wunderbarer Frieden, wie ich finde. Und ich bin gerade fast verleitet, noch mehr zu fordern, weil wir tatsächlich so hoch gekommen sind. Gerade was hier Inseln wie Corfu angeht. Aber auch zum Beispiel, das hier wäre interessant. Denn damit, nur mit diesen beiden Provinzen, wer geografisch sich gut auskennt, weiß genau, was hier passiert. Mit diesen beiden Provinzen könnten wir den Kanal bauen. Mir fällt der Name gerade nicht ein, ich werde mal kurz nachschauen. Den Suezkanal natürlich. Und hätten damit die Möglichkeit, doch ganz gut hier vorzugehen, was Flotten angeht. Außerdem überlege ich gerade, ob es noch weitere sinnvolle Provinzen gibt. Aber ich glaube, damit hätten wir die wichtigsten abgedeckt. Eine Handelsstadt wie Raghusa macht auch noch Sinn. Ein Handelszentrum. Ah, das ist wunderbar. Gold können sie uns keins mehr geben. Zumindest nicht relevant viel. Überlege noch, ob ich Cocheli noch nehmen soll. Einfach nur, um hier die Position zu haben. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Wir können ja von da aus durchaus aktiv werden. Von der anderen Seite. Aber wir nehmen noch die Provinz Wahn dazu. So. Das ist ein Frieden, der sich gewaschen hat. Ah, schaut euch das an. Schaut euch das an, Leute. Ist es nicht großartig. Ist es nicht wundervoll. Und ich finde tatsächlich, das ist auch ein wunderschöner Endpunkt für das Projekt. Ich werde jetzt natürlich noch dafür sorgen, dass das Ganze allein stabiler wird. Ich werde schauen, dass ich gewisse Gebiete an Satellitenstaaten jetzt übergebe und so weiter. Frisch eroberte Gebiete natürlich. Österreich möchte ich selber behalten. Genauso die ganzen kleinen Gebiete. Aber gerade hier der persische Bereich, sage ich mal, soll durchaus in den Händen von jemand anderem landen. Ich frage jetzt nur, wo wir da beginnen. Wir könnten theoretisch... Also wir könnten tatsächlich Georgien entlassen. Die hier einen Großteil bereits als Kernprovinz hätten. Na, wobei, ein Großteil ist übertrieben. Das sind die vier Provinzen. Fünf. Wir hätten Trapetsund. Wir hätten Armenien. Armenien. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir die Provinzen eigenhändig übertragen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Tabris. Indem wir Neu-Persien gründen. Eine Monarchie mit einer lokalen Dynastie. Und definitiv nicht in grün. Auch wenn es zu Persien passend ist. Aber ich möchte hier doch... Es soll immerhin ein Puffer sein. Der kann sich durchaus farblich hervorheben. Dementsprechend gebe ich den... Glaube ich einen Rotton. Ja, der hier sieht schön aus. Das Wappen wird dementsprechend... Zumindest ein wenig Rot enthalten. Wunderbar. Und für Persien... Schauen wir mal. Wisst ihr was? Wir machen das Wappen nicht rot, aber wir geben ihnen das Kreuz. Das Wappen wird weiß. So. Das ist unser Persien. Allerdings möchte ich dann auch die Karte weiß haben. So. Und Neu-Persien kriegt jetzt natürlich jede Menge Land. Und Neu-Persien ist das Bollwerk gegenüber dem Osmanischen Reich. Sie werden auch den Irak gleich noch bekommen. So. Wir sind tatsächlich verleitet, zwei verschiedene Satellitenstaaten da draus zu machen. Wir müssen generell gleich schauen, wie wir das mit der Überdehnung hinkriegen. Wie viel wir selbst nehmen können. Wie viel wir übergeben müssen. Also ich werde die auf jeden Fall ein bisschen nach Shirwan hochziehen. Und man muss dazu sagen, das Gebiet, das sie jetzt bekommen, ist natürlich nicht wirklich Persien. Persien fängt ja weiter im Osten erst an. Das ist quasi hier das Gebiet. Aber ich finde den Namen doch durchaus passend. Wobei Georgien eigentlich besser gewesen wäre. In dem Zusammenhang, dass wir natürlich den Orthodoxen Glauben verteidigen. Georgien immerhin ein wichtiges Königreich. des orthodoxen Glaubens ist und war. Leider aktualisiert sich das nicht vernünftig. Ich werde einfach mal weiter das Gebiet hier übertragen. Und dann einen Monatswechsel abwarten. Und dann schauen, ob wir noch mehr übertragen müssen. Wie gesagt, wollen wir hier vor allem eine Pufferzone haben. Und ich finde diese doch sehr schön aus aktuell. Ob wir da noch mehr übertragen, werden wir gleich sehen. Die paar Tage lasse ich jetzt erstmal laufen. Kritiker von Malwa sind bekehrt. Dann möchte ich genau da hinten auch mal weitermachen. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Überdehnung ist immer noch zu hoch, aber nicht mehr viel zu hoch. Brabant hätte gerne Graz. Nein, danke, sicherlich nicht. Dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich einfach noch mehr Land an Neupersien übertragen. Denn das Gebiet hier will ich auf jeden Fall behalten. Bekommen sie noch das hier. Das werde ich, denke ich, behalten. Jetzt haben sie tatsächlich auch persisches Gebiet unter Kontrolle bekommen. Gut, ab hier ist dann tatsächlich schon ein Gebiet, das uns gehört. Und wo es wenig Sinn machen würde, es zu übertragen. Ich überlege gerade, ob ich sie bis Masanda dann vorgehen lassen soll. Aber ich glaube, das behalten wir in unserer Kontrolle. Aber ich glaube, ich werde ihnen tatsächlich noch Dagestan geben. Einfach, weil das hier zu Shirwan dazugehört. Und, ja, wobei. Eigentlich gefällt mir die Karte ganz gut so, wie sie gerade aussieht. Eventuell müssen wir noch einen weiteren Satellitenstaaten erstellen, sonst wird es eng. Also das Gebiet wollen wir auf jeden Fall unter direkter Kontrolle behalten. Das ist klar, da können wir schon mal anfangen, Kernprovinzen zu erstellen. Genauso Ragusa. Und eben Thrakien. Das Gebiet rund um Konstantinopel. So. Ach stimmt, Edien ist ja bereits eine Kernprovinz. Da war ja was. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch mal einen Monats-Tick ab, bevor wir weitermachen. Aber eventuell sollte ich meine Truppen verdämpftig positionieren. Eine Armee möchte ich tatsächlich hier haben. Im, ähm... In Suez. Eine Armee haben wir hier in Arabien. Wir haben zwei Armeen, die sich um Indien kümmern. Ihr könnt auf jeden Fall mit nach Neupersien. Denn die werden die Hilfe brauchen können. Erstmal hier nach Dershtistan. Und man merkt, das Gebiet ist nicht für große Armeen geeignet. Dementsprechend ziehen wir uns ein Stück weit zurück. Aber der Rest kann eigentlich so bleiben. Außer, dass ich eine Armee natürlich noch, ähm... ...nach Österreich ziehen möchte. Deswegen lassen wir jetzt mal kurz weiterlaufen. Und wir haben zu viele diplomatische Beziehungen. Stimmt, wir unterstützen immer noch die Unabhängigkeit von Kuba. Wir irgendwie keine Lust auf Unabhängigkeit haben. Dementsprechend geben wir das jetzt auf. Portugal interessiert uns nicht weiter, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Riese hat sich langsam satt gefressen. 114. Also wir müssen noch mehr abgeben. Leider. Die Frage ist jetzt allerdings, was geben wir ab? Wir könnten diese beiden Provinzen abgeben. Was ich eigentlich nicht unbedingt möchte. Aber ich glaube, das ist das Sinnvollste. Auch um das bisherige Land nicht zu splitten. Und in dem Zug gebe ich ihnen, denke ich, auch Dagestan. Einfach ein bisschen mehr Kontrolle über das Kaspische Meer. Und das sollte dann aber wirklich ausreichend sein. Harki kriegen sie nicht, das gehört mir. Wir sind genau bei 100% Überdehnung. Großartig. Und wir haben eine Menge Rebellen im Aufmarsch. Er ist zum Teil schon Kernprovinzen. Wir müssten tatsächlich einen weiteren Satellitenstaaten erschaffen. Oder ihnen eine Provinz geben, auf die sie logischerweise keinerlei Anspruch haben. Ich bin gerade verleitet, Ragusa zu entlassen. Einfach aus Prinzip. Nein, ich denke, wir stehen das durch. Genau 100% Überdehnung. Ist nicht angenehm, aber damit sollten wir klarkommen. Wir haben Frieden mit dem Osmanischen Reich. Und die Folge wird extra lang. Ich möchte nämlich tatsächlich noch ein bisschen durchziehen, bis das Land jetzt sich wirklich stabilisiert hat. Und wir die neuen Kernprovinzen unter Kontrolle haben. Es wird nicht mehr viel passieren. Es ist die letzte Folge. Das kann ich spätestens jetzt sowieso schon sagen. Ich glaube, ich hatte es auch schon gesagt. Wir werden jetzt nur noch das Reich stabilisieren. Und dann das Projekt beenden. Also für alle, die jetzt schon abschalten wollen. Weil es wird nicht mehr viel passieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ein sehr interessantes Projekt, finde ich. Vor allem, weil wir halt so lange die Ausgangslage hatten. Dass wir eine echt schwierige Situation hatten. Und, naja, nicht wirklich aktiv vorgehen konnten. War durchaus interessant. Aber jetzt aktuell sieht es doch eigentlich relativ gut aus, finde ich. Und das Spiel möchte immer noch, dass ich Frankreich rivalisiere. Und ich bin mittlerweile tatsächlich verleitet, das zu tun. Aber nein. Wir wollen das Land stabilisieren und nicht noch mehr ins Chaos stürzen. Ja, Buhn wird von Russland besetzt, natürlich. Darauf haben wir ja nur gewartet. Achso, und ich sollte auch weitere Händler losschicken. Denn wir haben ja mittlerweile die durchaus ewig lange Handelskette, die von hier ganz unten bis nach oben zur Ostsee führt. Ich glaube, die kann man durchaus an anderer Stelle noch stärken. Wir könnten zum Beispiel jetzt über Hormuz und... Ah nein, da müssten wir über Basrei gehen. Schade. Was wir allerdings auf jeden Fall machen sollten, ist... Von Goa aus Handelseinfluss zu übertragen. Um das Ganze zu stärken. Und tatsächlich würde ich das auch in Shalorn machen. Wir müssen halt nur unsere Handelsschiffe wieder losschicken. Wir könnten zum Beispiel eine der kleinen Flotten hier nach Goa schicken. Uh, nach Novgorod bringt viel. Sagt mir jedenfalls das Spiel. Wahrscheinlich, weil wir in Novgorod ein großes Piratenproblem haben. Würde ich jetzt spontan tippen. Da werde ich mir gleich mal das Ganze aus der Nähe anschauen. Da habe ich was Großes gesehen. 13. Ja, geht. Goa. Doch, da wollte ich ja sowieso jemanden hinschicken. Dann machen wir das auch. Schauen wir mal nach Novgorod. Da hat tatsächlich kein Piratenproblem. Oh, Händlerabwanderung. Mit der Minderung der Einschränkungen für ausländische Händler finden unsere eigenen Händler, dass sie nicht genügend staatliche Unterstützung erhalten und haben sich entschlossen, eine andere Karriere einzuschlagen. Nun gut. Soll vorkommen. Interessiert mich aber nicht besonders, wenn ich ehrlich bin. Wir haben die Dominanz des Baumwollehandels verloren. Außerdem haben wir Rebellen in Khoristan. Kümmern wir uns doch schnell darum. Natürlich stirbt der General, den wir gerade hier aktiv hatten. Marschstadt rebelliert. Könnt ihr euch drum kümmern mit einem weiteren General. Und Uyamil. Oh. Ja, die neuspanischen Nationalisten. Ich denke, wir werden die Afrika-Armee gleich eventuell dazu ziehen müssen. Wir haben auch kein Problem mehr mit Rebellen. Dementsprechend machen wir genau das. Oder wir nehmen tatsächlich einfach diese Armee. Und setzen mit der in die neue Welt über. Und kümmern uns dann gleich darum. Khoristan ist erledigt. Wunderbar. Dann könnten wir hier bei Gelegenheit auch mal das Festungssystem überarbeiten. Oder ich würde es überarbeiten, wenn das Spiel noch weitergehen würde. Aber wir haben das neue Jahr. Wir holen uns das Gewehr. Die Schwäche der Muskete war die Tatsache, dass sie jenseits von 45 Metern äußerst ungenau war. Das Gewehr, auch wenn es niemals eine Standardwaffe der Infanterie war, trug dazu bei, dass die Eliteeinheiten über eine größere Reichweite verfügten, was der Armee eine insgesamt bessere Schlagkraft verschaffte. Sehr schön. Zumindest die Festung kann auf jeden Fall weg. Genauso die hier. Die ganzen ehemaligen Khorasan-Festungen können alle weg. Die braucht keiner mehr. Und tatsächlich ist auch diese Festung obsolet geworden. In Isfahan. Die Südgrenze ist durch Yasutsch geschützt. Und die anderen Festungen werden durch unseren Satellitenstaaten geschützt. Die anderen Gebiete. Die Osmanen werden von Rebellen überrannt. Mamelukische Nationalisten versuchen, in Ägypten zurückzuerobern. Ich würde es ihnen gönnen. Wenn das Osmanische Reich jetzt zerfällt, wäre es einfach so passend. Es wäre so wunderbar passend. Wir haben Nationalismus gegen Russisch-Brasilien, weil sie die Kultur angepasst haben. Ich freue mich darüber, dass sie das gemacht haben. Die Rebellen hier sind mittlerweile auch erledigt. Und ehrlich gesagt hätten wir einfach die koloniale Südamerika-Armee gleich übernehmen können. Aber egal. Wir können jetzt wieder Malva angreifen. Was auch eigentlich sogar relativ sinnvoll und logisch wäre. Wie viel Land haben die denn noch? Wir können sie in einem Krieg vernichten. Wisst ihr was? Wir machen jetzt eine richtig lange Mega-Folge. Ich habe da jetzt noch Lust drauf. Ich will jetzt Malva erobern. Die ganzen Kernprovinzen, die ersten, kommen jetzt sowieso. Da kümmere ich mich gleich drum. Dumjad rebelliert. Wir haben eine Menge Kernprovinzen erhalten. Außerdem haben wir hier unten eine Revolte. Da kümmern wir uns dann im Vorbeimarschieren quasi drum. So. Die bisherigen Revolten dürften das dann schon ordentlich stabilisiert haben. Außerdem ist die Überdehnung jetzt geringer geworden. Finde ich schon mal sehr schön. Ich gehe immer noch davon aus, dass Neu-Persien potenziell ordentliche Probleme haben wird. Aber das sollte sich auch im Laufe der Zeit lösen können. So. Die sind ebenfalls erledigt. Ich will jetzt einfach noch Malva von der Karte radieren. Das ist ein nicht allzu schöner Fleck inmitten unseres Landes. So. Los geht's. Die eine Festung, die sie noch haben, holen wir uns gleich. Ah, sie haben tatsächlich sogar noch mehr. Und Persien hat Rebellen. Dann helfen wir ihnen doch mal aus. Und ich glaube, die Startseelen mit Frankreich lassen wir jetzt tatsächlich mal auf sich beruhen. Weil mittlerweile... Es ist so... Man kann ja theoretisch mittlerweile unendlich lang weiterspielen. Aradakan rebelliert. Wir haben die übrigen Kernprovinzen. Man kann ja theoretisch mittlerweile unendlich lang weiterspielen. Und wenn ich das machen würde, würde ich mich nämlich nach diesem Krieg, nachdem die Osmanen jetzt so stark geschwächt sind und wir eine stabile Grenze haben, tatsächlich gegen Frankreich wenden. Leider fehlt die Zeit dafür. Um es hier noch effektiv zu machen. Aber gut. Wir könnten versuchen, die Armee zu schlagen, aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun. So wie Rebellen unterdrücken und ähnliches. So, das wäre gelöst. Die marschieren aus irgendwelchen Gründen ganz in den Norden, in Richtung der Städten. Eine Revolte in Arabien und eine weitere hier oben. Kümmert ihr euch erstmal darum. Dann würde ich mich tatsächlich auch um die Revolte in Arabien kümmern. Und wir ignorieren die Armee von Malwa bis auf weiteres. Wobei wir bedenken müssen, die werden als Rebellen zurückkommen. Dementsprechend ist das Ignorieren also vielleicht keine gute Idee. Denn wenn wir sie annektieren, ist die Armee immer noch da. Warum muss es bekehrt? Revolutionäre Ideale. Natürlich wollen wir die übernehmen. Wir könnten jetzt ein revolutionäres Reich werden, aber wir sind ein Zarentum. Hofpolitik. In die Lage zu kommen, ein Amt nahe des Zares am russischen Hof beschreiben zu können, kann sehr schwer sein. Wenn man nicht zu einer der wenigen älteren Familien gehört, die eine lange Tradition des Dienstes aufweisen können. Auch wenn jemand von beträchtlichem Beschick sich selbst bekannt machen sollte, erwarten die alten Familien dennoch belohnt zu werden und die höheren Ränge am Hof beherrschen zu können. Kürzlich hat sich ein besonders junger Höfling einen Namen gemacht, in dem er dem Zarentum gute Dienste erwies. Es gibt allerdings keine Position, in die er aufsteigen könnte. Die alten Familien würden sich der Schaffung einer neuen Position für solch einen selbstgemachten Mann widersetzen. Wir benötigen ihre Loyalität. In Jerewan haben wir gewonnen. Wir haben eine Provinz bekehrt. Und in Ukeg haben wir ebenfalls gewonnen. Das sollte reichen, um sie zu vernichten. Wunderbar. Hier, wir schicken in diese Richtung. Und in Wahn haben wir ebenfalls gewonnen. Sehr gut. Das heißt, wir machen einfach weiter das, was wir bisher gemacht haben. Und ich sehe, wir haben einen Missionar zu wenig unterwegs. Holen wir erstmal die Christen fest unter unseren Mantel. Ich glaube, die sollten sich leichter bekehren lassen. Die folgen immerhin schon dem einzig wahren Gott. Und ja, wir beschützen die Unabhängigkeit der Kirche. Natürlich. Wir werden hier, wenn es dann soweit ist, natürlich die volle Annexion fordern. Und Malva ein für allemal von der Karte radieren. Und damit auch eine potenzielle Koalitionsmacht aus dem Weg schaffen. Da können sie in der Hinsicht immerhin nichts mehr machen, wenn sie erstmal weg sind. Und das überlegene Schiffsdesign holen wir uns natürlich auch gerne noch dazu. So, die Hauptstadt von Malva gehört uns. Sie sind leider noch nicht bereit für den Frieden. Wahrscheinlich, weil sie noch eine Festung kontrollieren. Und der wirren Meinung sind, sie könnten noch etwas reißen. Anstatt sich einfach der Macht des Zahren zu unterwerfen. Aber so vernünftig sind ja die wenigsten. Jetzt sind sie bereit dazu. Nehmen wir noch etwas Gold dazu. Zwingen wir sie dazu, Kernprovinzen aufzugeben. Und annektieren wir sie. Malva ist damit auch ein Teil unseres Reiches geworden. Wir beginnen natürlich damit, Kernprovinzen zu erstellen. Und Rebellen zu vernichten. So wie sich das gehört. Und ich würde sagen... Mit dieser wundervollen Karte... Verlasse ich euch gleich. Wir haben im Laufe dieses Let's Plays doch einiges erreicht. Wir haben leider nicht das Malarasa Achievement geholt. Auch wenn wir Russland gegründet haben. Wie gesagt, ich vermute, dass man damit eben Russland als erstes gründen muss. Was sehr, sehr schade ist. Aber gut, das werden wir irgendwann noch nachholen. Aber wir haben... Folgende Achievements erreicht. Folgende relevante Achievements erreicht. Breaking the Yoke. Wir haben als Riazan es geschafft, die Steppennomaden zu erobern. Wir haben als orthodoxes Land eine 100% patriarchale Autorität erhalten. Wir haben als Riazan begonnen und alle anderen Ruhikovics ausgeschaltet. Wir sind die einzigen. Und wir haben in Rom einen Metropoliten an die Macht gebracht. Dazu kommen noch Live Long and Prosper und All That Fine Shall Be Mine. Aber das sind ja die typischen Nebenbei Achievements. Und ich würde sagen, das sind ein paar schöne Ziele, die wir erreicht haben. So sieht die Karte aktuell aus. Wir spannen quasi im Kerngebiet von Danzig und Konstantinopel bis hin nach Indien und nach Kamtschatka. Also einmal quasi fast ganz Asien. Na gut, die reichsbesiedelten Gebiete hier, die würde man sich dann im Laufe der Zeit noch holen. Mit Ming könnte man sich jetzt noch anlegen, mit Frankreich. Dann haben wir viele einzelne Gebiete. Wir haben Kolonialgebiete mittlerweile, wenn wir auf die diplomatische Karte wechseln, hier. Wir haben in Skandinavien viel erobert. Wir haben einzelne Städte an Nord- und Ostsee. Wir haben Italien fast komplett unter unserer Kontrolle. Wir haben Nordafrika. Wir haben einige Mittelmeerinseln. Und wir kontrollieren Suez nicht zuletzt. Ich möchte behaupten, wir haben eine sehr interessante Situation geschaffen. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für das Dabeisein bei dem Projekt. Ich weiß noch nicht, was wir als nächstes spielen werden und wann wir damit beginnen werden. Denn ich weiß natürlich noch nicht, wann der nächste DLC erscheinen wird. Es kann nicht mehr allzu lange dauern. Sie sind schon lange am Ankündigen. Wie gesagt, wird sich der nächste große DLC und der nächste große Patch vor allem eben mit Persien. Im weitesten Sinne mit Persien und Arabien beschäftigen, mit diesem Gebiet hier. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich auch irgendwo dort spielen. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wann er erscheint. Aber wenn er erscheint, könnt ihr euch sicher sein, dass wir loslegen werden. Deswegen geduldet euch. Bis zum nächsten Projekt. Haut rein.